Unterfranken ist einfach zum genießen. Man muss nur wissen wo. Von fast vergessenen Gerichten bis zum gepflegten Brauchtum. Mit Hockdichie suchen wir die kulinarischen und kulturellen Zückerle unserer Heimat. Mit den Machern, die dahinterstehen. Servus miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hockdichie. Mich hat es mal wieder ins schöne Büchold verschlagen. Da waren wir jetzt auch schon ein paar Mal. Die Leute werden es vielleicht schon kennen. Aber heute habe ich mir eine Gastgeberin ausgesucht. Ich bin heute bei Ritta Wendel. Grüß dich. Schön, dass du bei uns dabei bist. Ritta, du musst dich heute überhaupt nicht schaben. Denn heute gibt es wieder eine Bereicherung für alles, was die kulinarische Welt betrifft. Denn du kochst heute für uns. Es gibt Weggezümmerte. Ja. Du darfst erst mal erklären, was das eigentlich ist. Also Weggezümmerte, das ist als altes Brot oder als alte Brötchen. Früher ist ja nichts weggeworfen worden. Da haben die Leute alles zusammensammelt. Und dann haben sie das Brot genommen vor ein paar Tagen zuvor. Da haben sie ein bisschen eingeweicht in Wasser. Wenn es hart war, war das schlecht? Ja, nein, nein. Es war sogar noch besser, wenn es hart war. Weil wenn es frisch ist, dann backt es nicht so gut. Wenn es ein bisschen härter ist, ist es besser. Und dann hat man es ein bisschen eingeweicht lassen. Dann muss es gut ausdrücken, dass es das feuchtliche Haus ist. Ja, und dann haben sie es angebacken. Dann kommt es einfach in dein Fett? Ja, in dein Fett. Schön groß rausgebacken, bis es eine schöne braune Farbe hat. Sauert schon so fünf bis zehn Minuten. Und dann schlägst du so fünf, sechs Eier. Schön fein mit ein bisschen Salz. Und tust es schön drüber. Und lässt es schön stocken. Und dann ist es sicher alles. Und dann ist es dann... Das hört sich jetzt erst mal ein wenig herzhaft an. Aber Salz hast du jetzt noch nichts gesagt? Doch, eine Prise Salz. Ja, in die Eier mit rein? Genau. Ja, in die Eier mit rein. Und aber ist es süß oder tust du da noch Speck oder was mit rein? Nein, Speck passt nicht dazu. Nein. Nein, Speck passt nicht dazu. Was esst ihr dazu? Apfelbrei. Also was Süßes, ne? Was Süßes, ja. Wir könnten auch einen Salat dazu essen. Aber mir selber persönlich Speck, Apfelbrei besser dazu. Und Zimtzucker könnten wir noch drüber tun. Kann man auch drüber streuen, ja. Das hört sich gut an. Aber wegzömmerte, also weg ist klar, das sind die Brötchen, die Brötchen, so auf Deutsch sind wir. Aber zömmerte, hat das eine Übersetzung bei euch, das Wort? Oder kommt das vielleicht von dem Zamm? Nein, das kann schon davon kommen, dass das Brot noch alles zusammengepappt ist, wie es zementiert. Ach, von Zemm... Ja gut, von Zemm... Ah, ist schlecht. Zermutter, ja. Du, die Wegzömmerte, das ist, finde ich, ein typisches Gericht, wie man es von früher kennt, wie man es jetzt auch oft bei Ruktychi schon hatten. Es ist ja eine Wiederverwertung oder eine Weiterverwertung. Ja, genau, ja. Du hast gerade schon gesagt, früher ist nichts fortgeschmissen worden. Das heißt, wenn man jetzt... Früher ist so gekocht worden, man hat wahrscheinlich einen Schrank aufgemacht, hat geguckt, was da war, und danach hat man sein Gericht gemacht, oder? Genau, da ist nicht ein Laden gegangen. Erstens haben die Leute kein Geld gehabt. Und einen Laden gab es auch nicht großartig. Und dass ich ihn nachher eingekauft habe, das hat es doch nicht gegeben. Also immer noch das gesucht worden, was auf dem Hof war. Und dann ist es auch nicht fortgeschmissen worden? Nein, um Gottes Willen. Beim Schlachten war das auch schon so? Ja. Ja. Da ist nicht mal das Schwänzlis fortgeschmissen worden, das hat mir noch ein Lehrer hinten noch gegeben. Das stimmt ja. Das stimmt ja. Wenn ich jetzt heute gucke, wie gekocht wird, also die jungen Leute, sage ich jetzt mal, ich koche schon auch gern und dann wird meistens ein Riesengericht und das mache ich. Und dann guckst du, was alles gebraucht wird dafür und dann musst du ja sofort Eikäff und alles, was reinkommt, das brauchst du einmal dann wieder und dann wird viel weggeschmissen worden. Das ist schon wegen der Unterschied zwischen früher kochen und heute kochen. Also ich koche auch nur nach dem, was ich habe. Ich gehe in meinen Garten und ich gehe das ganze Jahr an den Gemüsestand im Chef vorbei, weil ich halt alles in meinem eigenen Garten habe. Das schmeckt besser und du weißt, was das ist. Ja, ich habe jetzt noch Salat drin und Feldsalat, Spinat, das kann ich alles noch holen, muss alles noch verschafft werden, ja. Und wenn es überbleibt, das finde ich da immer so schön, dann bei der Oma oder auch bei der Mama macht es auch noch, es wird immer, es wird nicht einfach aufgewärmt, sondern es wird was Neues irgendwie draus gemacht. Genau, immer wieder was Neues, ja. Und da gibt es so viele, die wegzümmerte zum Beispiel. Ja. Die werden abgerieben und dann werden sie eingeweicht in Milch und Eier und dann werden sie rausgebacken. Und in den Wegmehl, die man da abgerieben hat, werden sie gewendet und rausgebacken. Und dann schön süß. Mhm. Dazu gehört Wein-Cham-Soße dazu. Ja. Oder gut, als Kind haben wir dann immer Vanille-Soße. Oder Vanille-Soße. Genau, ja. Wein-Cham-Soße, ja. Was meinst du, wenn man jetzt mal sagt, okay, grundsätzliche Sachen, die man daheim haben muss, was hast du immer in deinem Schrank daheim? Wo du sagst, da muss ich nicht ein Ei kaufen, das habe ich immer da. Butter, Mehl, Zucker, Eier habe ich sowieso auf dem Hof. Ja. Und Nudeln mache ich oft selber. Ja. Reis hat man immer da. Kaffee. Das sind Grundneidungsmittel, ja. Und damit kann man schon viel starten. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, früher habt ihr noch Kühe gehabt. Ja. Und dann hast du dein Butter auch selber gemacht und dein Quark. Ja. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, da die komplette Verwertungskette... Das habe ich mir selber angeeignet. Das habe ich nicht von Grund, von Kindheit habe ich das gar nicht gemacht. Das haben wir alles erst selber angeeignet, so 1990 darum, ja. Und dann selber auch erst wertschätzen gelernt, ne? Ja, genau, ja. Ist das heute auch noch so? Ja, auf jeden Fall, ja. Du hast gesagt, du bist Ortsbäuerin. Mhm. Und ihr gebt auch Kurse zum Backen mit Brot, mit Hefeteig. Und jetzt hast du gemeint, die letzten Jahre hat es zugenommen, ist der Antrag größer geworden. Machen die Leute wieder mehr selber dahin? Ja, glaube ich schon. Top. Haben mir jetzt schon viele Leute gesagt, sie wollen jetzt Brot backen, weil es da zu teuer ist. Und sie wissen wenigstens, was drin ist da, ne? Ja. Dann weißt du, was du dahin hast. Das stimmt schon, ja. Du hast in die Küche wahrscheinlich schon etwas vorbereitet, aber es ist ja nicht viel. Nö. Die alte weg und das alte Brot ist noch da. Dann würde ich sagen, verziehen wir uns mal in die Küche und gucken, dass wir die wegzömmerte zusammenbringen. Wegzömmerte zusammenbringen, das gefällt mir schon wieder gut. Ja, und wir sehen uns dann wieder, wenn es was zu essen gibt. Dann darf ich natürlich nicht fehlen, ist klar. Bis später. Also jetzt muss ich erstmal mein Brot zubereiten. Ich muss bei ein paar Scheiben Brot drunter schneiden. Das darf schon ein wenig dicker sein, oder? Ja. Noch die Brötchen dazu. Die Brötchen, die schneide ich mir auch in Scheiben. Da nehme ich jetzt auch zwei dazu noch. Das ist jedenfalls ein schnelles Gericht. Die Leute früher haben ja auch nicht viel Zeit gehabt. Haben immer viele Kinder gehabt und so. Da hat es immer schnell gegeben. Wie viel Wasser kommt da jetzt rein? Vielleicht ein Viertelliter. Ein Viertelliter. Also es dürfte nicht zu viel sein, sonst wird alles matschig und trampfig. Ja, zu viel hat es keinen Wert. Ein Viertelliter kann man sagen, ja. Ja, jetzt kann man schon mit dem Herd einschalten. Zwischendurch, ja. Jetzt tun wir das Scheiben Brot nacheinander in die Pfanne reinlegen. Das ist schon ein wenig ausgedrückt. Lassen wir das alles schön groß anpacken. Fast zu klein mit der Pfanne. Und das darf jetzt richtig schön knusprig werden. Ja, das muss jetzt richtig schön groß braun backen. Dann wird man die Eier noch gläuben. Und schon drüber. Ja, lassen wir es noch ein wenig backen. Wenn man die Eier drüber tut. Damit es auch schon gebacken ist. Jetzt tun wir mal ein wenig die Eier vorbereiten. Und noch mal ein wenig Salz in die Pfanne rein. Also jetzt habe ich da die Eier da gläubelt mit ein bisschen Salz. Das ist jetzt das Highlight noch für den Wegzämmerte. Das macht jetzt erst einmal richtig gut. Also hier ist die Pfanne. Und fertig sind sie, die weggezümmerte. Ist es die weggezümmerte, das weggezümmerte, wissen wir nicht mehr. Die weggezümmerte. Ich bedanke mich schon mal sehr herzlich bei dir fürs Kochen, Frida, und du dann natürlich mal drauf. Lieber Brot oder lieber weg? Das ist. Das ist wurscht. Das hat sich eh wenig vermischt wahrscheinlich. So, dann erstmal eine kleine Portion. Ja, das soll ja für jeden reichen. Äpfelsbrei und der sieht so aus, als ob du den auch noch selber gemacht hättest, oder? Genau, den habe ich erst gestern gemacht und von Postkopfäpfeln, von meinen eigenen Äpfeln. Das sind die schönen Winteräpfel, die kann man im Winter gut zum Backen verschaffen. Das stimmt. So, da bin ich gespannt, weil viel ist ja eigentlich nicht drohen, was ich weggezümmerte. So, na da, dann probieren wir mal, was ich könnte. Das ist noch schön, das Ei ist noch, man sieht das ganz gut, da ist noch ein wenig flüssig, schmatzig innen drin, da ist nichts trocken, Apfelbrei dazu. So, wie es ist, das ist eine super Geschichte. Das ist außen knusprig, das Ei da drüber, sonst ist es saftig, schmatterig, außen der Apfelbrei mit der Süße. Ein schnelles Gericht halt, finde ich. Ja, muss ich sagen. Ruckzuck, brauchst du nicht viel. Billig. Billig, ja, auch richtig. Und man hat was Gutes, und hat noch ein gutes Gewissen dabei, weil man nichts fortgeschmissen hat. Genau. So, in dem Sinne sage ich herzlichen Dank, Rita, dass ich da sein durfte. Ja. Ja, mir ist jetzt noch unseren Ditter leer. Das geht euch im Grunde nichts mehr an. Deswegen sage ich Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart bei Hock dich hin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich muss sagen, die wechseln wir mal hervorragend. Jetzt probiere ich das Brot auch nochmal, was anders ist. Schmeckt noch ein bisschen herzhafter für mich, ne? Dadurch, dass es den Sauerteig hat. Ja. Und wenn man da jetzt noch so so was richtig ist.